Oh, die Mörse, Alter. Drück, drück, drück. Ich hab ihn gesehen. Na, hier werden sie aber nicht hinschießen. Hinschießen. Ja, guck. Die Mörse haben kein Problem. Oh, aber die haben mich getroffen, Alter. Alter, die machen ernst. Empfindlich. Empfindlich. Jürgen, mein Hirn arbeitet auf Hochturmen. Das ist ein Erbsenhirn. Es ist gelb durchblutet, Junge. Oh, nee, dann mach ich mich in die Stadt und leg da noch ein paar Timmys um. Und vom Süden kommen auch schon welche in die Richtung. Nochmal drei Stück. Boah, das wär geil. Das wird Gemetzel, Alter. Grimmsenschild wird ausgelöscht. Ja, Mann, die werden wir raiden, Alter. Wenn wir alles mitnehmen. Alter, fünf Mann von uns, Alter. Und mit uns treiben sie nur acht Mann, Alter. Das ist die Hälfte. Oh, die haben keine Chance. Die Hälfte von den Spielern. Ja, bloß die KI, die müssen wir rausnehmen. Ja, die müssen wir rausnehmen. Das ist mir der Spaß auf alle Fälle, ja. Wenn ich draufgehe. Ja, auf jeden Fall. Du hast dir das doch verraten. Das hab ich noch nie gesehen. Wir planen das auf einmal später dort. Ja, ja. Das ist doch komisch. Ach, das wird geil. Die nächsten Taisen im Anmach und hier hoch. Boah, Alter. Das wird mega. Raus ist jetzt gekommen, als Rockstar 2 heil raus. Wo sind die anderen heil gelaufen, die da gekommen? Ja, ich hab eine. Ach so, krass. Ne, war er hingelaufen. Alter, das wird geil. Alter, wir stürmen da, Junge. Dann müssen wir uns gucken, dass wir unsere eigenen Leute nicht erschließen. Das stimmt. Ja. Ja, ich hab die anderen geschrieben, die kommen auch noch. Ein Köln. Das ist geil. Der hinter uns, der Heli, der kommt auch. Okay. Die machen wir nackig. Die haben keine Chance, sag ich dir. Nee. Alter, das wird das der Wahnsinn. Ja, das ist geil. Aber Mats, das musst du mit ins Video. Ja, hab ich schon. Das läuft schon. Das läuft schon. Perfekt. Ja, die kommen jetzt auch noch mit drei Leuten. Das weiße aus irgendwie hier. Das ist ringsherum, so ein Pflöserberg. Ach, hier müsste es runterkommen. Oh ja, doch hier. Oh ja, hier kommt es runter. Nee, das ist auch steil. Scheiße. Nee, das geht auch kaum. Na mach. Nee, du schmeißt dich zu Tode, Alter. Lass uns lieber ein paar Meter zurück, bevor du wieder... Nee, das geht. Hier geht's, hier geht's, hier geht's, hier geht's. Hier, easy, ach komm. Ehrlich? Klar. Ihr seid so heldenhaft. Du musst einfach gehen. Ja, ich kann mich erinnern, wo ich runtergerutscht bin. Das war nicht was. Ja, das sah richtig anders aus. Und da bin ich von zwei Meter höher, war ich tot. Hm. Wie wär's denn, wenn wir dann später noch warten, Matze, wenn die dann irgendwelche Feinde rein spawnen, wenn die dann abknallen, weil die dann vollgelootet sind? Ja, klar, rücken die rein, ja. Ja. Ach, na ja, weiß ich nicht, würde nur die KI looten. Ich muss noch mal die Richtung wechseln, wo wir. Warte mal, ich muss mal hier, ich setz mal hin. Warte mal, recht rum, ja. Zu mehr gering sind. Noch 1,7 Kilometer, man. Und man bezahlt keine 250 Euro. Ja. Na gut, hab ich für die EOT-Werse dann auch nicht bezahlt, aber. Na ja, für die EG hab ich 100 irgendwie bezahlt, ne. 120. 120 plus irgendwie Steuern noch oder Abgaben da, was weiß ich. Oh ja, weil's nicht EU-Dienst war. Zahlt's ja noch mal irgendwelche Mist. Vor allem ja aus jeder Scheiße Geldpressen. Boah, macht 1.100 Meter, man. Übel. Punkt ihr euch da irgendwas mit Drogen voll? Warum könnt ihr so schnell rennen? Was? Nö, ich warte, bis ich voll bin, dann lauft wieder. Dann warte ich wieder, bis ich voll bin, dann lauft wieder. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir heil bis hin kommen. Aber hier ist ja Startgebiet. Ich glaube nicht, dass hier... Dürfte eigentlich nicht. Das ist ja einer von den kleinen Hostet-Scheißern, die hier rumrennen. Machen wir alle. Das ist schon checkt. Ja. Das wir hier nicht sein sollten. Das wir hier nicht sein sollten. Das klingt gut. Das kann man uns nicht erklären. Das wir hier nicht sein sollten. Das kann ja sein. Das kann ja sein. Okay. Viel Spaß. Dann auch ein Gelände mit einer KI. 7 in 1, Junge. Ja, ein Schuss in der Minute. Geländeabschlinde macht er von der KI. Hast du? Hast du? Na gut. Ich habe 7 in 1. Sag ich dir eine Patrouille. Aber ich finde, er macht es eigentlich richtig. Der könnte die Mosin rein theoretisch wegwerfen und dafür so eine MK-18 mitnehmen. Ja. Dann hat er mehr zum Tragen. Ich habe auch nicht mal einen Rucksack mit für eine Asad. Ich muss mir einen von der KI nehmen. Die haben welche. Ja, stimmt. Hast du auch keinen mit? Na, ich habe eben mit. Aber dann hätte ich den ja auch tot lassen können, wisst du. Mhm. Noch 260 Meter. Mhm. Geil. Alter, das wird richtig geil, Mann. Ich werde da auf jeden Fall warten, Junge. Richtig auskosten. Eigentlich könnte man das so machen. Wir gehen in die Base rein, looten, gehen raus und verstecken das Zeug irgendwie. Und gehen nochmal rein. Wie, der Hamster schleppen alles raus, verbuddelt ins Astlo? Ja. Dann sehe ich nur noch Play mit zwei MK-18 wegrennen und dann wiederkommen. Ja, ja. Hey, geil. Ach, der hat uns schon abgefangen, ne? Hm. Ja, ja. Hallo. Hallo. Ja, grüßt die. Wisst ihr, wie das hier läuft? Nee. Ja, ihr seht auf der Karte, ne? Seht doch unsere, also meine Mates, ne? Ja. Ja. Die haben da so eine Reihe gebildet. Von der Reihe nicht schießen. Okay. Weil wenn ihr schießen wollt, weiter vormoven und dann wieder zurückmoven, weil die Mörser schießen dann auf euch, wo ihr halt geschossen habt. Ah, okay. Ach, es gibt Mörser? Ja, ja. Und wir stehen noch zwei, drei Mörser und dann ging es rum auch bei uns. Das haben wir gar nicht auf dem Plan. Ich hab mir gedacht, so, dass wir von der Seite erstmal ein bisschen so die KI rausnehmen oder so. Kann man die Mörser auch kaputt machen, weißt du das? Nee, wir müssen da halt erst die ersten Leute killen und dann müssen wir halt ranmoven. Dann schießen die Mörser nicht mehr auf uns. Okay. Ah, okay. Na dann, was ist uns versuchen? Ja, ja, am besten ihr mal, ihr bleibt so rechts auf der Seite und wir machen dann links die Seite. Ja, genau. Haben wir auch uns abgemacht. Hier, perfekt. Na dann, viel Erfolg. Ja, perfekt. Stimmt, die Mörser, die haben wir überhaupt nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Weil die stehen bei uns ja auch drin. Das hab ich schon gesehen, ja. Ja, gut, dass er das erwähnt hat, Alter. Wir werden es merken, wenn es einschlägt. Ja, bei uns nicht. Ich glaube, die schießen nur gerade vor, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir probieren es mal. Die sind doch so ausgerichtet nach vorn. Was ist denn das hier? Ich hab eine neue Nachricht. Ja, irgendwie bleib ich schon mal hängen hier. Ach, hier ist ein Lektor. Wir müssen aufpassen. Er schreibt direkt an der Base und Mienfelder. Ah, okay. Ja, da vor und das bei uns ja auch. Okay. Das haben wir da auch. Ach du Scheiße. Ja, stimmt. Das ist ja auch normal. Da können wir ja nicht so weit vor. Du kannst ja nur an die Straße direkt berufen. Hä? Wir müssen mal langsam pushen, ne? Ne, die Base ist doch da hinten, Alter. Wir sind noch viel weit weg. Rechts, wa? Ja. Ja, aber sind da nicht vor uns noch Gegner oder so? Was ist denn das vor uns? Das frage ich mich auch gerade. Das ist irgendwie wie so ein Ferienhaus, oder? Das ist das Vorhaus. Eben, das ist noch nicht das Haus. Das ist nicht die Base. Ich dachte, das ist die Base, Alter. Ich wundere mich, ich sehe hier keinen. Ja, ich sehe die da hinten. Nach der B ist die Straße dann rechts hoch. Oh Scheiße, wir haben hier weiterhelfen. Keinen guten Wald. Wir haben bloß Büsche, Alter. Ja, die rechnen doch nicht mit uns, oder? Vielleicht kann ich gerne der Wand holen. Oh, das ist ja. Okay. Wir haben ihn. Nee. Nee, nee. Der Rest ist noch einer. E-Sniper habe ich. Ja, einer ist weg. Der ist weg. Noch einer weg, genau. Oh, hier vorne ist echt der Minenschiller. Ja? Ja, genau. Bleibt ja auch noch nicht lang. Na ja. Dann müssen wir über die Hauptstraße. Und noch einer weg. Oh, die Mörse, Alter. Zurück, 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 zurück. Hier, ich habe ihn gesehen. Ich habe das Projektil gesehen, Alter. Ja, hinter der Wand. Es kam von oben. Geil. Zurück, zurück, zurück. Geil. Alter. Das war ein höchstes Projektil. Die haben sich auch erstmal zurückgezogen. Steuern weg erstmal. Also, bis hinter die Mauer schießen die. Alter, ey. Auch bei Landmark, die waren irgendwie viel näher an der Base. Oh, ich hatte vor dem Mauer. Oh. Vor dem Mauer, Alter. Na, hier werden sie aber nicht hinschießen. Äh, hinschießen. Hinschießen. Ja, guck mal. Der hat hier vorne hingeschossen, wo du gerade warst. Was? Zu mir? Oder ist das Dings hier? Nee, Dings ist das Koks. Na, was? Ich bin hier, ich bin hier. Die werden doch wohl hier nicht das Heimhaus zerschießen. Rechts hier an die Ecke haben die geschossen gerade. Aber stehen die da an die Mörser? Kann man die dann abknallen, oder? Ja, müssen sie ja. Mann, das Dumme ist ja, wir können gar nicht richtig reingucken, Alter. Nee. Weil Landmark konnte von oben schön reingucken und reinscheißen. Na, kommst du gar nicht ran? Ja. Ohne die Mörser zu treffen. Was ist der Wahnsinn, Alter? Push mal vor. Alter, die pushen. Aber einer ist gestorben. Oh ja, einer ist da. Der zweite ist auch groß. Ja, wie wollen wir jetzt da ankommen hier? Hier in Mien und Mörser. Das ist der Scheiße. Und der Rüberschweiß-Sniper. Oh. Der Sniper weniger. Was für Klebianen-Deckung? Alter. Komm, atme, Junge. Atme. Ach Mensch, ich kann keine Luft anhalten. Das ist noch ein Sniper. Hab ich? Okay. Oh, Alter. Die Möse sind der Wahnsinn, Alter. Boah, die haben mir die Lunge zerrissen. Oh, ich habe ganz großen Durst. Ich habe Wasser. Brauchst du das? Ich habe auch welche. Ich bin tot. Okay. Na. Ich bin tot. Du brauchst auf jeden Fall den Wasser. Mörser. Du wirst Mörser. Du wirst Mörser. Alter, wenn die mich verarschen. Da hinten, wo ich stand, niemals. Hatte ich einen Mörser zerrissen? Ja. Bisschen weit ich weg stand. Okay. Ach, das kann ich doch vergessen. Das ist ja schön. Der ist auch tot. Apport Mission, haha. Man wird das so gefickt. Macht keinen Sinn. Aber wenn versucht was, der versucht was. Ja. Versuch was, der auch. Sinn macht's gehend. Also, da kommst du nicht ran. Die Mörser sind der Wahnsinn. Das knallt, wenn du bist weg. Also, ich lebe noch. Noch? Warte mal. Na ja. Gleich knallt, wenn du bist weg. Warte mal, wo bist du, Koks? Ich bin hinter der Mauer. Ach so. Da, wo wir vorhin waren. Mein schöner Schalli, Alter. Jo, ich bin direkt in der Frontlinie. In the line of fire, Alter. Bin auch tot. Was? Ja, wegen dem Mörser. 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 Das knallt einfach, du bist weg. Ja, ich versuch trotzdem wiederzukommen. Mein Loot da. Ja, ich parke. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Ist doch scheißegal. Ja, was? Wir fahren hin, wenn wir nackt kommen. Wir rennen da nackt hin. Ich mach das ja aber Alleingang klar. Ja, hoffentlich. Ja, aber du musst dann die Mörserleute erschießen, oder nicht? Die Mörser sind kein Problem. Oh, aber die haben mich getroffen, Alter. Alter, die machen ernst. Empfindlich. Empfindlich. Ey, das war bei Landmark nicht mit den scheiß Mörsern. Ja, nee, das war wirklich nicht. Die bescheißen doch. Landmark ist kein Vergleich. Ey, macht der mal hier irgendwas? Ich will meine Mose wieder haben. Da kommt er, unser Raven. Ja, kriegen wir ihn. Ich weiß, wie weit weg wir waren. So weit schießen wir sie gar nicht, Alter. Das kann ich mir nicht erzählen. Da kriegen wir schon unser Zeug. Fuck. Dumme Schweine. Meine Mose hin ran. Also hier dürfte der Mörser auf alle Fälle nicht einschlagen. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Und dein Herz geschnallt. Da müsste er über die Mauer drüber schießen und dann senkrecht runterfallen. Ja, mach doch. Genauso war bei mir auch. Der sieht mich ja nicht immer. Wie will der mich anpeilen? Hm. Hinten doch, Alter. Fängt das irgendwie nicht? Ich kenne doch mehr Dach hinten. Aber es sind zwei Helis unterwegs. Okay. Mein Dings hat er nicht entnommen. Die sind doch nicht sauber. Sag mal, wenn zehn Leute gleichzeitig dann angreifen, dann wird das schon gehen, denke ich. Ja, der Mörser kann nicht Heide töten. Junge, mein Hirn arbeitet auf Hochturm. Das ist ein Erbsenhirn. Es ist gelb durchblutet, Junge. Gelb durchblutet. Kurz vorm FI. Ja. Oh nee, dann mach ich mich in die Stadt und leg da noch ein paar Timmys um. Falls ich mich hier zusammengeflickt kriege. Ich will meine Emotionen wieder haben hier. Ihr Arscher war alles. Mein Kier aber. Heiße. Selbst mit acht Leuten haben wir versagt. Ey, Wahnsinn. Ja, aber das war bei Landmark war das nicht so. Da hat kein Mörser. Die sind einfach reingerannt. Die haben auch das einfach rein spaziert, ne? Naja, aber ich sag mal so, wenn du rein rennst, dann könnt ihr ja nicht mehr schießen, die Mörser, ne? Nee, das geht ja nicht mehr. Aber ich bin ja gar nicht das Wann. Woher wissen wir ja Mörser, dass wir Feinde sind? Na, weil wir geschossen haben, aus der Richtung. Ja. Aber das war bei denen, da habe ich keine Mörser gehört. Und auch die standen schön an der Seite. Die hatten gute Sicht. Die haben dort alles so ein bisschen KI zur Seite geräumt. Das ging bei uns gar nicht. Die KI kam zur Tür raus, wie blöde. So, jetzt hier noch das Herbst, Junge. Das hat es auch 2000 Grad. Das war bis jetzt eine totale Fehlinvestition. Aber ich lebe wenigstens noch. Ich kriege meine Mose in Witter. Ja, ich hole. Gleich der nächste Mörser. Ich muss bloß so weit laufen, bis es nicht mehr weiter geht und dann immer ran klang. Ach so. Ich war genau an der Kante. Okay. Das sollte eigentlich gehen. Ich bin wieder topfit, Alter. Es wäre nie was gewesen. So, jetzt gehe ich in die Stadt und erschieße ein paar Timmys aus Rache. Aus Rache. Ich gehe jetzt auch die mal rechts rum. Kommen wir da auch hoch? Ja, bestimmt. Ja, genau. Die rennen über die Straße, aber kein Mörser. Wer rennt über die Straße? Landmark. Ja, ja. Ja. Ich sage mal so, wenn wir vorne diese Leute erschießen, dann könnten wir vorstürmen bis zur Mauer und dann sind wir erst mal safe. Ich denke, aber nur gewissene Entfernung schießen, die wirst du nicht mehr, wenn es zu nah ist. Ja, da hast du auch keine Deckung, Alter. Ja, deswegen musst du ja erst mal die ganzen Leute da erschießen, die vor der Base hocken. Ich schreibe die dann gleich mal an, wenn wir die Dokumentation bleiben. Das muss ja irgendwie gehen. Wir können doch nicht aufgeben. Nee. Schon nicht. Bisschen Tag auf Spieler gewesen. Hallo. Wir haben weit auch Schlimmeres erlebt, wisst ihr? Ja. Oh, ich hoffe, die spawnen nicht nach. Keine Ahnung. Oh, jetzt. Hm, jetzt ist sie weit. Oh, sie schießen sich auf mich ein. Meine Mates haben quasi geschossen und genau da, wo geschossen wurde, fliegt ein Mörser hin und ich war ein paar Meter weiter hin und bin genau in den Mörser rein. Ja, war bei meinem Mate auch so. Okay, ich gucke, ob ich mein Stuff kriege. Gut. Viel Erfolg. Vielen Dank. Mörser können ja nicht um die Ecke schießen, das geht nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Denkst du. Ich frage mich, ob das positionierte Mörser sind oder die sich drehen, wisst ihr? Eigentlich sind sie fester. Dann müssen wir mal bei uns in der Basis gucken. Da stehen die einfach nur da. Aber hier, du hörst keine Heli, nichts. Was ist hier los? Oder die bereiten sich vor, wenn dann ein paar Leute reinstehen und dann sind sie alle bewaffnet. Die sind bei uns, ja. Mann, diese blöde Pflanze, die davor immer wackelt. Ich wollte gerade schön zielen, da wackelt immer so ein Platt in meine Richtung, genau in Schussrichtung. Jetzt geht's wieder los. Nee, nee, hier war das nichts, Jungs. Ihr könnt ja nicht her schießen. Das glaube ich nicht. Die Mörser müssten senkrecht vom Himmel fallen. Das geht nicht. Ja, machen sie. Ja, das gehört dann nochmal mit den Reden und den Sagen. Ja, pass auf. Das wird dann alle gerade ausstürmt. Ich würde sagen, lass uns das nochmal probieren, aber unten bei Mithras. Weil hier... Ey, guck mal, das muss... Bei Landmark, das saß im Wald, Alter. Die haben aus dem Wald schön erstmal über die Mauer die ganzen Idioten da von den Dächern runtergeschossen. Das habe ich ja auch gemacht. Und da kam der Mörser. Aber dann haben wir... Vier oder fünf habe ich ja gemacht. Bump, ging's. Dann hat er aber die Leute runtergeschossen vom Mörser, oder nicht? Das denke ich mal. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Der Mörser nicht schießt, ja? Genau, das meine ich ja, ne? Aber hier ist halt ideal, weil keiner da ist, ne? Das war okay, nehmen die Kopf los, nicht? Da sind sie schon wieder, Alter. Oh, ja, die mit dem großen Scope. Das hätten wir auch nehmen müssen. Okay, easy. Ey, wir ziehen durch. Ja, danke. Macht's gut. Oh, Alter. Mörser. Alter. Aber ich stehe im Haus und kann sie von hier aus abschießen. Die können nicht kommen. Du stehst im Haus und kannst raus schießen? Ja, ich sehe alles. Okay. Im Haus sollte man eigentlich auch sicher sein. Man kann ja das Haus nicht zerstören. Der nächste ist tot. Da muss der Lut ja da drin nur sich stapeln langsam. Ja. Ja, das Weihnachten und Ostern, Junge, Christoph. Oh. Und Ernte Dank. Oh, auch noch, ne? Boah, ich hab da gar nichts zu schleppen, Alter. Bau hier Ausdauer auf, Junge. Oh. Ey, wieso dauert das so lange? Ey, wird gar nicht mehr? Energie, Alter. Nö. Ich muss hier hoch. Jetzt dreh ich die Karte nicht mit, wenn ich mich drehe. Wahnsinn, Scheiß, Junge. Wie weit ist denn das noch? Blöde Kabarmer. Na ja, gut, Munition hab ich, weil ich hab ja einen Einzelsuss. Ich hab noch Mates hier. Aber noch Munition. Einmal hat die alles hier die Karte nicht, Alter. Was? Wie heißt das? Was heißt das? Ach so, die M, die kleine, anders. Nein! Genau das ist. Nein! Ich hab mich schon gewundert, warum eben? Scheiße. Ey. Oh, mein Zeug. Mein Zeug. Alles weg. Schau dran. Tschüss.